Die rechte Freundschaft muss mit Blut ersiegelt werden. Entweder man isst Musketier oder man isst es nicht. Einer für alle. Alle für einen. Was ist da denn los, Mann? Marius Wall. So eine krasse... Oh, da ist der Ansgar Knauf. Schön gemacht von Knauf. Schöne Stellung im Spiel. Schöner Abschluss. Ach, schöne Vorlage von... Yes. Schöner Pass von Wolf. Sehr gutes Lauf hier. Sehr schön gemacht von Knauf. Schön verteidigt von Wolf. Schön verteidigt von... Oh, das war schöner Laufweg. Schönes Knauf von Knauf. Schöner Pass. Schön verteidigt von Wolf. Jawohl, erstes Tor von... Schön verteidigt von Wolf. Schöner Knauf. Oh, das läuft dann weiter. Oh, das läuft dann weiter. Oh, das läuft dann so. Ja. Hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crack. Hell yeah, dirty bass. No matter where we be at VIP or in the sea life. Jawohl, schönes Tor von Wirt. Sehr schönes Zusammenspiel von den beiden. Schön! Schöner Pass von Knauf. Schöner Pass von Knauf. Schön verteidigt von Wolf. Wolf. Schade. Schöner Pass von Knauf. Schöner Pass von Knauf. Und er wird sehr schön. Schönes Knauf. Schöner Pass von Knauf. Super, super. Schön verteidigt. Jawohl, schönes Kombinationsspiel von den zwei. Schön verteidigt. Ja, schön von Wirt. Verteidigt und schöner Abschluss. Schön verteidigt von Wolf. Schöner Pass von Knauf. Schöner Pass von Knauf. Jawohl, schön gespielt. Ach, schade. Ja, sehr gut gemacht von Knauf. Super. Jawohl, sehr schön gemacht von Wirt. Jo, was geht meine Freunde? Ich hoffe euch geht es gut und ihr hattet bis hierhin viel Spaß. Also, legen wir los mit dem Fazit zu den drei Musketieren. Ich nenne sie jetzt einfach so der Einfachheitshalber. Genau. Also, fangen wir erstmal an mit den Statistiken. Knauf. Und Wirt haben bei mir jeweils in sieben Spielen sieben Tore und vier Torfahrlagen gemacht. Was sehr gut ist. Gerade auf diesem Niveau. Und der Wolf hatte bei mir, als Abschlussverteidiger, immerhin eine Torfahrlage gemacht. Was auch recht ansehnlich ist. Genau. Alle drei Spieler haben in der Division 3 gespielt. Man muss zudem sagen, heute wurden alle Spieler runtergestuft. Weil eine neue Saison beginnt. Genau. Also, schon auf einem höheren Niveau haben sie gespielt heute. Genau. Was kann ich großartiges sagen zu den drei Spielern? Wer ist mir am besten aufgefallen? Am schlechtesten? Insgesamt hat mir der Knauf sehr gut gefallen. Seine Laufwege waren sehr gut. Genau. Aber am besten war der Wolf für seine Position. Er war sozusagen ein Allrounder und er konnte sich gut eingliedern ins offensives Spiel. Defensiv war der ganz gut. Er hat eine gewisse Größe. Trotzdem ist er nicht sehr unbeweglich für seine Größe. Also fand ich sehr gut. Der Wirz ist leider ein bisschen untergetaucht heute. Genau. Er war nicht so präsent auf dem Platz. Fand ich jetzt. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von ihm. Genau. Seine Abschlüsse waren nicht immer clean. Genau. Tun wir nochmal jetzt kurz alle drei Spiele einzeln bewerten. Ich fange erstmal an mit dem Schlechtsten von den dreien. Den Wirz. Leider muss ich sagen, dass er der Schlechtste war. Genau. Augenblick. Ja. Fangen wir an. Mitten jetzt. Also. Zu seinem Vorteil natürlich. Er ist der erste Spieler mit Fünf-Stern-Skills. Was auf jeden Fall sehr sehr gut ist. Außerdem fand ich sein Passen und das gerade für einen zentral offensives Spieler sehr gut. Also der konnte sehr gute Pässe spielen. Hat auch eine gute Übersicht auf dem Platz, wenn er die Pässe gespielt hat. Sein Dribbling, seine Bewegung für seine Körpergröße und allem. Fand ich auch sehr gut. Gepaart mit den Fünf-Stern-Skills. Genau. Außerdem. Fünf-Stern-Skills. Konnte sich nicht so gut durchsetzen in Zweikampfverhalten in 50-50 Situationen. Immer. Und seine Schusskraft. Also man hat gemerkt, dass seine Schüsse nicht die stärksten waren. Fünf-Stern-Skills. Er bekommt von mir ein Overall-Rating von 8,6. Ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 6,3. Man muss sagen, in der Bundesliga auf der zentral-offensiven Position gibt es nicht viele Alternativen. Da ist er schon mit einer der stärksten. Abgesehen von Musiala. Musiala ist noch mal deutlich krasser als er. Aber sonst ist er schon einer der Besten für die zentral-offensiven Positionen. Wenn nicht sogar der Zweitbeste. Meta-Rating bekommt er laut Easy-SBC 91,1. Genau. Gehen wir weiter zu den zweitbesten Spielern. Das war der Ansgar Knauf. Genau. Vor allen Dingen seine künstliche Intelligenz hat mir sehr gut gefallen. Er hatte sehr gutes Stellungsspiel. Sehr gute Laufwege. Hatte zudem sehr gutes Tempo. Was sehr wichtig ist. Gute Laufwege, Tempo. Dann noch einen guten Abschluss wäre super gewesen. Sein Abschluss war, naja, so okay. Genau. Er hatte eine gute Beweglichkeit, gutes Dribbling. Und zudem hatte er auch ein gutes Abwehrverhalten, das Offensivspieler. Das hat mir sehr gut gefallen. Leider muss man sagen, seine langen Pässe, gerade wenn es jetzt darauf ging, dem Ball auf den zweiten Pfosten zu passen, das war nicht so gut. Teilweise waren die nicht platziert, waren vollkommen daneben. Genau. Und zudem aufgrund seiner Ruhe war er nicht in Dribblings, in engeren Situationen, nicht so geschickt am Ball hatte. Da konnte er den Ball nicht so nah am Fuß halten. Genau. Insgesamt bekommt er von mir ein 8,7 Rating. Für den einen oder anderen, aber trotz seiner künstlichen Intelligenz war er aber sehr, sehr gut. Man muss es zugeben. Aber insgesamt muss ich ihm eine 8,7 geben. Preis-Leistung-Session bekommt er eine 8,6. Das, was er gezeigt hat, fand ich sehr gut. Genau. In der Bundesliga gibt es schon ein paar Alternativen, aber ich würde ihn trotzdem zu den Top 5 bis 10 schätzen in der Bundesliga auf dem rechten Flügel. Genau. Meta-Rating bekommt er laut Easy-SPC 91,1. Kommen wir nun zu dem besten Spieler aller dreien. Der mir sehr gut gefallen hat und ich würde ihm sogar jeden weiterempfehlen. Also macht ihn ruhig. Er ist immer noch eine Live-Karte und wenn, dann ist er immer noch sehr gut. Gut. Genau. Er kriegt von mir gar keine negativen Punkte. Es ist mir überhaupt nichts negativ aufgefallen bei ihm. Man muss sagen, er ist eine super Allrounder-Karte als Außenverteidiger. Hat ein super Tempo. Kann als Außenverteidiger sehr gut passen. Gerade die längeren Bälle kann er gut. Er hat einen guten Antritt. Genau. Kann auch gut dribbeln als Außenverteidiger und für seine Größe. Aufgrund seiner Größe hat er und seines Stellungsspiel hat er auch eine gewisse Präsenz auf dem Platz. Und das unterscheidet auch viele von den, viele Spieler, von den Top-Top-Spielern. Genau. Hat ein gutes Defensivverhalten. Hat gute Tacklings. Also kann auch gut verteidigen. Hat ein gutes Offensivspiel als Außenverteidiger. Bringt auch eine gewisse Physis mit, mit seiner Größe. Genau. Also insgesamt eine sehr gute Karte, finde ich. Also ich würde sie jedem empfehlen, mal zu machen. Es schadet ja nicht. Die Karte kostet momentan nur 50-60k. Genau. Also kriegt er auch von mir dementsprechend ein Gesamtrating von 9,0. Was sehr gut ist. Heißt Leistungsverhältnis von 9,6. Was schon fast top ist. Ist. Besser geht es fast gar nicht mehr. Also 10 wäre noch besser, aber es kommt schon nahe dran. Also sehr gut, sehr gut. Und Meta-Rating bekommt er laut Easy SBC 93,0. Also. So viel zu den drei Spielern. Also insgesamt haben sie mir alle drei gefallen. Genau. Also wer ein Bundesligateam baut, den kann ich die drei Karten empfehlen. empfehlen. Aber wer natürlich jetzt schon bessere Spieler hat. Der einzige, den ich empfehlen würde, wäre Wolf. Der ist schon sehr gut. Natürlich kommt er nicht ran an Cafu. Da fehlt noch das Defensivverhalten, die Physis, das Stellungsspiel. Da ist der Cafu nochmal ein Stückchen besser. Aber Cafu kostet auch das 10-fache mehr. Genau. Also. So viel zu meinem Fazit. Ich hoffe euch hat das Video mal wieder gefallen. Gebt ein Like auf das Video. Lasst ein Follow da. Lasst Liebe da. Kommentiert gerne, was ihr euch wünscht. Wen ihr als nächstes sehen wollt. Und bis dahin. Auf Wiedersehen meine Freunde. Ciao.